Toll? Geil. Verbindung. Ach, nein. Ich hab dir ein bisschen Licht gemacht. Kyrie, was machst du? Level erbauen. Aha, okay, dann brauch ich mal die ganze Schwule... Nein, nicht Schwule. Hört ihr mich? Ja, doch. Hat der Yoshi grad was gesagt? Ich hör ihn nicht mehr. Oh mein Gott! Ich hatte grad einen Wackelkontakt. Ja, das kommt öfters vor bei dir. Leider. Das wird bei meinem 600-Abo-Special schon mal angesprochen, bei dem Headset. Finde ich? Ja. Egal. Ich würde jetzt sagen, was das 600-Abo-Special ist, aber da die meisten Zuschauer von dir damals von mir kamen. Damals. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Jetzt hast du deine eigene Abodentenquelle. Infamous. Ach so, hier! Ah, hier sind wir. Gut, Yoshi, danke. Äh, hier ist... Wieso danke? Ich hab einfach nur Dreck gesehen und wollte ihn abbauen. Nein, jetzt weiß ich wieder, wo du bist. Äh, Kairi? Kairi, man kann's auch übertreiben, aber ganz ehrlich, gute Idee. Was hat sie gemacht? Ja, sie haut den ganzen Boden weg. Hauptsache, sie nimmt jeden Gravel mit. Auch gut. Ihr seht da hinten schon wieder euren Namen. Wahrscheinlich mach ich jetzt den ganzen Dreck weg und ich komm wieder bei euch raus. Nee, du bist ganz woanders. Hab ich nicht... Scheiße, ich hab keine Fackeln. Ey, Kairi, ich glaub wir gehen ein bisschen zu weit, oder? Nein. Au! Ja, du läufst genau rein. Kohle! Ach so. Ich hab Kohle. Ich muss gleich niesen. Ja, mach's wie bei Morris Edge. Er macht's fast wie bei Morris Edge. Nur, damals hat er sich nicht gemutet. Schade. Äh... Neueste Infamous-Folge gesehen? Ja. Und? Hast du aber nur genießt? Ich weiß. Hast du aber keinen Rotzballen im Mund gehabt und dann... Ja, verdammt. ...gesagt. Braveheart, nein. Ich hab... Braveheart heißt das. Hab ich doch gesagt. Braveheart. Ich hab nix gefunden. So lange will ich Chris' Penis finden? Ich hab Metall gefunden. Schaust du das Together überhaupt an, Yoshi? Welches? Von Seacon? Nein. Hm. Dann weißt du auch nicht, was Chris' Penis bedeutet. Weiß ich auch nicht. Das ist Diamant. Okay, äh... Sag nichts. Okay, äh, Leute, es wird wieder hell. Wir sollten hier raus. Ja? Ich bin ein... Minecraft, hol mich raus. Ich bin ein Minecraft, hol mich hier raus. Ich bin ein Minecraft, hol mich hier raus. Ey, Leute! Yoshi! Hm? Los, Kairi! Hier! Flint! Flint... Flint Eastwood. Ja. Ja. Ah, ja. Yoshi, wir... Jetzt haben wir gleich... Eins. Yoshi, wir müssen noch zwei finden. Kannst du auch welche? Was denn? Ah, ja. Was? Äh, das ist... Ich dachte, da kommt Wasser rein. Nein. Tut's auch. Außer in der Mitte. Scheiße, das war ein Fail. Also, hier. Ja. Also, über... Genau, so. Ah, okay. Jetzt ich... Jetzt ich verstehe. Das ist so'n Weg, der hier durchläuft. Und hier auch. So'n Weg. Fußabtäter. Cool, der ist immer noch nicht dreckig, der ist echt gut. Ja, Mann. Der hält sauber. Äh, so. Hält die Kasten. Äh, das können wir da... Wie viel Cobblestone haben wir? Frag mich nicht. Zu wenig Gravel. Ich hab... Ich hab 53 Cobblestone. Gib mir mal den kompletten Cobblestone. Ich hab's auch noch ein bisschen. Äh, äh, so. Button Smashing, zack. Wo ist unser Dings da? Äh, Super 1. Den Sand ist noch übrig. Bam, rein. Naja, du nimmst natürlich raus. Ja. Gut, ich werf's dir ins Gesicht. Bam. Oh, dankeschön. Cobblestone. Wer hat Cobblestone? Hier Cobblestone. Ja, hab ich schon in die Kiste getan. Ah. Ah, sehr gut, Kyrie, danke. Zwei Stacks. Yoshi? Cobblestone? Hm, was Cobblestone? Ich hab das Cobblestone schon in die Kiste gelegt, was ich hab. Klar. So, okay, dann war das beides von euch. Äh, gut. Ich hab normales Stone. 28. Hö, hö. Gut. Äh, Kyrie, ich brauche mal deine Hilfe. Töter. Wer war's denn? Äh, hier den Cobblestone, kriegst du. Und ich baue hier jetzt ne Kuhle durch und du füllst einfach die komplette Kuhle mit Cobblestone. Und ich ruh mich aus. Äh, fail? Was zum Geil, geht hier schon wieder ab? Ähm. Einfach immer da, wo ich den Dreck weggehauen hab, einen Stein hinmachen. Ich will jetzt nicht verstehen, was du jetzt da machst, oder? Ein Weg nach Hause. Ich weiß, das klingt verstörend, weil wir nie nach Hause gehen, aber... Äh, mich hat irgendjemand bei Skype angenommen. Aha. Lösch ihn. Diese Kontaktliste hinzufügen, ich will wissen, wer das ist. Er wohnt in München, Deutschland. Und heißt, äh... HORS! XXX, ObiXXX. Das ist ein Baumarkt, nehm ihn nicht an, der will dir nur billige Schnäppchen anbieten! Äh, sein Skype-Name ist aber Obi-Wan, also Star Wars. Billige Produkte! Von Star Wars, billige Laserschwetter. Äh, hat jemand... Kyra, hast du noch ne Schaufel? Äh... Ich hab eine Schaufel. Gib mal her. Hast du noch Cobblestone? Äh, nein. Aber den... Das wird gleich. Gib mal mal Schaufel. Bitte. Ich komm doch mal bitte! Komm mal her, du Otto! Äh... Krust du erst gar nicht. Komm doch mal bitte! So ist schon besser. Komm mal her, du Otto! Aua. Danke, Kyri. Tat gut. Ich weiß. Das war extra. Was? Oh, ich hab vergessen Musik anzumachen. Jetzt muss ich wieder Musik selber drunter legen. Scheiß. Tja, und? Ich hab auch... Oh, danke, Yoshi, dass du mich dran erinnern hast. Ich mach dann bei den nächsten Aufnahmen wieder Musik rein. Bei welcher Aufnahme? Ja, wenn wir wieder aufnehmen. Ich hab grad auch keine Musik am Laufen. Ach so. Ja, bei dir ist es aber nicht wichtig. Du kannst es mal eben so machen und so. So, Kyri. Fertig. Ja, äh... Cobblestone. Wo? All the new ones in... Oh, viel zu viele Blumen. Nein, lass die Blumen da stehen. Äh, Kyri, in der rechten unteren Kiste findest du alles was du haben willst von Cobbl. Zwei Stück. Nein. Cool. Und wer freut sich alles... Wunderbar. Warte, ich hab noch was. Ich hab noch was. Wer freut sich alles auf Patch 1.7? Ich nicht. Ich auch nicht. Neuen Server. Server Updates. Beziehungsweise... Eigentlich könnte ich ja die originale Dings Version nehmen. Welche originale, hä? Ja, die originale, die von Notch bereitgestellt wird. Auf Minecraft.net. Der Multiplayer Server. Ach so. Na, das bringt natürlich dann viel, ne? Weil, ich meine, denn ich jetzt benutze Bucket, der ist ja eigentlich nicht viel anders. Im Moment, außer dass man Dings machen kann. Oh, es wird dunkel. Braveheart! Tumts. Loh, das kraft... Loh, der Crafting Skin hat sich voll verändert, grad der ist von mir grad voll der Bug drin. Ich disconnecte den mal kurz. Yo, voll der Bug und hässlich, krass. Du kannst nur Nacht schlafen. Dammit. Awesome. Äh, Loh? Wo ist Kyri? Kairi, Kairi, hey, wo ist die denn? Yoshi hat ne Hacke, das macht mir auch sehr viel Angst. Hi, du bist mit ne Hacke im Bett, oder was? Hi, guck auf dem Fenster. Guck auf dem, fuck, am Fenster. Ich liege im Bett, ich gucke nicht aus dem Fenster. Seit wann haben wir in der Dusche Fenster, das ist gruselig. Kairi, Lord, du musst schlafen kommen. Angst, hab ich ne G aus meinem Bett. Aber ich mag pink. Kairi, Kairi, runter von den Nieren, ey, das tut weh. Achtung, Achtung, oh, warp, wup. Warum spackt das grad so, ich hab nur elf Frames, fünf, vier. Zwei, eins, drei. Ja, das hast du schon öfters gesagt. Oh mein Gott. Wo habt ihr jetzt den ganzen Cobblestone? Oh mein Gott, leck was bei mir. Oh mein Gott, drei Bilder pro Sekunde. Oh mein Gott, wo habt ihr jetzt den Cobblestone hier, verdammte Scheiße? Ein Bild, zwei Bilder. Acht Bilder pro Sekunde. Zwei, eins, zwei, sieben, ah, okay, jetzt geht's wieder. Warum baust du ihn ab? Weil das so blöd aussieht, so passt das. Oh, hier ist ne Lücke! Lücke! Ich hatte keinen Kabel brauchen mehr. Danke, Yoshi. Nein, das war so eine Stelle, wo rundherum so ganz, ganz viel Gras... Ich hab hier Eier! Und das sind deine! Was, Eier? Yoshi, schau mal her! Hier hinten! Ich seh grad nichts mit 8 Bildern pro Sekunde! Du bleib halt stehen! Guck mal her! Ich seh dich! Okay, es ist etwas mit 2, 3 Bildern an mir vorbeigeflogen. Das ist also sehr witzig los. Kairi sagt, sie ist ethisch korrekt und trotzdem schlachtet sie jede Kuh, die über den Haufen läuft. Ist ja nur eine Simulation. Eine Überlebenssimulation. Deswegen bauen wir auch ne Farm, um zu überleben. Natürlich. Und unser Haus? Das sieht völlig normal so aus. Huhn? Einfach alle Häuser, die ich baue, eckig sind. Wir? Ja, wir waren... Yoshi! Guck mal! Hm. Fail. Du bist in der... Guck mal, Wasserrutsche! Wuiiii! Nein, Dusche! Plumps! Yeeeah! 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 Ja, und hier ist überall Kohle, was du nicht abbaust. Ja, weil ich das erst im LP machen wollte. Braveheart! Warum nennen die das eigentlich Braveheart? Ich verstehe das bis jetzt immer noch nicht. Das war so klar, dass sie wieder geschlagen wird, weil sie direkt vor... Kairi, du läufst einfach mitten rein bitte! Das ist immer so! Ja. Nix gegen dich, Kairi, aber du läufst immer rein! Ja. Ich weiß, das war schon extra. Hab sie hier für geeignet ist? Sie wird gemobbt. Oh, Flo! TP dich einfach her, Kairi! Ich habe keine Rechte! Yoshi, TP sie mal her! Nein, ich mach's anders. Ja, das ist so einfach! Zwei Befehle eingeben! Kairi, hier liegt viel Schrott! Und Kohle rum! Schrott, Kohle, äh... Oh! Oh! Geh weg! Mein ist mein! Jetzt kann ich auch wammeln! Mach hier! Guck mal, Kairi! Grube! Einfach stumpf irgendwelche Blöcke, die da so hängen, wegmachen! Muss es doch noch was geben! Ein Elm! Das ist eine gute Ausgangsposition! Warte mal, ich muss mal kurz verschauen! Ach, mobst du nicht an, ne? Nein! Oh Mann, Kairi, kannst du mal bitte weggehen? Du stirbst eh gleich wieder, wenn's so weitergeht! Was? Lol, äh, Leute, ich pack durch die Welt! Bei uns nicht! Also bei mir nicht! Ey! Da wo... Ich steh hier grad mitten in irgendwas drin und kann... Ah, cool! Ich kann hier richtig... Ah, Minecraft hat sich wieder geschlossen! Daran lag das! Oh, wir haben gleich 10 Uhr, Yoshi! 10 Uhr, ne? Ja, ist klar! Du bist ganz klar! You are now leaving the American sector! Okay! Oh scheiße, ich glaub ich spawn... Oh, ich wollt grad sagen, ich spawn doch jetzt bitte nicht hier drin! Äh, Leute, ihr macht das völlig falsch! Ich wollt eigentlich hier so'n Gang nach unten machen! Ich mach'n Gang nach o... Äh, grad aus! Äh, grad aus! Einfach neben mir so'n Dinger zu platzen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Ich schaue mich jetzt an! Vielen Dank.